Musik Was? Ihr seid schon da? Hallo Leute, hier ist der Sebastian bei KidsTube, der Kanal von Kinder für Kinder. Meine Leute, meine Woche ist wieder am Start. Ja, wir fangen natürlich sofort an. Montag war ich Hip-Hop und Stage. Wir haben ein paar die Tänze geübt. Ich habe die Welle ein bisschen geschafft, aber noch nicht so ganz drauf. Aber das wird noch Dienstag. Luca-Pizza-Video ist explodiert. Schon 300 Aufrufe in vier Tagen. Ja, ist geil. Habe ich noch nie geschafft. Das Video ist natürlich unten in der Beschreibung auf dem Tisch. Genau hier. Und Mittwoch waren wir bei OnStage. Schauspielunterricht. War cool. Haben OnStage Power gespielt und Schauspiel ein bisschen gemacht. Ich habe was gelernt. Kann man ja auch mal machen. Naja, mache ich ja immer. Donnerstag sind wir jetzt. Ich habe es gerade vergessen. Ähm, Donnerstag. Da waren wir bei der Spinne. Habe ich noch nie erwähnt. Mache ich jede Woche. Donnerstag. Schüderzeitung ist cool. Macht Spaß. Und Freitag weiß ich nicht mehr. Samstag war ich bei Linneas Geburtstag. Äh, war ich bei Linneas Geburtstag. Und bei der Premiere, da war da ein richtig cooler Film. Das war dieser Oma-Film, wo sie aus einem traurigen Schnitt auch was Lustiges gemacht haben. Das ist krass. Ich weiß nicht, wie man das schaffen kann. Und da war ich noch auch mit Linneas Film dabei. Und heute, am Sonntag, kommen meine Freunde aus Italien in Urlaub besuchen. Genau. Und wir spielen ein bisschen und spielen. Das war es mit meiner Woche. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch. Kein Dislike. Abonniert meinen Kanal. Folgt mir auf TikTok und auf Instagram. Ich habe schon auf TikTok 23 Jahre und Instagram glaube ich 33 sogar. Das ist cool. Ja. Und. Tschüss. Ich mag nicht. Ich mag nicht. Untertitelung des ZDF, 2020